Weiter geht's hier bei Lost Planet 2 Mit Nidor Mit Nidor Ja, wir sind eigentlich bei der Mine Okay, okay Ja, natürlich, erst einmal die Power Generators 2 Alec mit einem Arsch Oh, vier Kontrollen, das ist zu viert Genau Eigentlich sollte man es so machen Die KI sind natürlich wieder zu blösem Scheißen, aber... Was soll's Science, bitch Time is essence Oh, das war intelligent Ja, störe die Mine mit ner Granate Die haben sich nicht gemerkt, also Ja Boah, wie das unglaublich flüssig zum Zielen geht, hm Ja Ja Mariana, hä, das Zielen ist ja... Hat Traum Patch out Scheiße Mann, das was ich sendern ausgeteilt habe, haben die jetzt mir ausgeteilt In dem Sinne Ja Wir sagen, gerechte Strafe, oder? Mh... Ja, nein, weiß nicht, Hauptquank Was ist Quank? Quank So, bitch please, ihr müsst auch da Bei mir ist das Bild stehen geblieben Ja Oh, wurscht, ich bin mir sicher, du schaffst das auch ohne meine Hilfe drauf zu geh'n Ja, das ja, auf das auf jeden Fall So, zehn Maschine Gun, how about it No Oh, scheiße, oh, 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 oh Verdammte Axt Du siehst nix? Jetzt seh ich wieder was. Oh toll, schön, dass du jetzt wieder was siehst. Wie gehts weiter, ne? Schnell steig in diesen Fluss, das rot-grün, oh fuck. Das rot-grün, oh fuck. Oh Gott sei Dank ist das Ding hier, so. Äh ja, ihr wollt eigentlich nicht drauf springen, ihr wollt's aktivieren. Vielleicht ist es das aktivieren. Ne, drauf springen? Ja. Äh, das will ich irgendwie bezweifeln. Aber schaut zumindest cool aus, die Animation. Ja. Das will ich nicht bezweifeln. Gott ist der bescheuert gewesen. Das war ein Sniper, oder? Oh, was war das? Warte mal, was hast du da hinten auf mich geschossen? Ah, das ist... Das Problem, wenn wir gleich rauben. Ja, erst den auch laden. Und dann das Ding zerstören, sehr schön. Das sind die Geschütze auch aus unschädlich gemacht. Du bist selbst unschädlich. Oh, ne, vielleicht. Man, was kann die KI eigentlich? Ja, da verdammtes... Ah, da kommt das Geräusch her. Irgendwas, das klingt nach einer großen VS Waffen. Ah, noch ein Sniper zieht auf dich, so by the way. Ja, gleich. What the fuck? Na Gott, dann halt nicht. Okay, das Ding ist aktiviert. Das ist, äh, soweit schön. Da ist das Gerät. Da geht's. Äh, da geht's irgendwo runter. Da geht's. Ne, rauf. Da fuck. Einen Schock. Warte mal. 1, 2, Homma. Wir müssen runter. Ja, so geht's auch. Oh, Fallschaden gibt's nicht. Ach so. Was soll's? Oh, ist das ein VS? Aber ja. What the fuck? Ja. Das Spiel wieder mal minimiert. Jawoll. Heil dich, du Sau. Heil dich, du Sau. Ah, das ist alles. Da vorne ist das Ding zum Aktivieren. Sehr schön. Ich lieg den da am Boden. Wo's am Ding? Eigentlich hab ich überhaupt keine Ahnung. Ma, komm, hä. Hallo. Lost Planet, bitte. Ich möchte spielen. Danke. Danke. Ich möchte Lost Planet spielen! Oh! Hast du ein Glück, dass die alle nicht zurückkommen? Ja. Der war jetzt super, der Pilot, oder? Es gibt ja Nanaten. Nee, nee, den lassen wir dann doch. Na, komm. Und? Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Es hat sich gedreht. So. Da, das Energie-Ding auch noch. 3.000 Energie. Mehr? 3.200. 3.400. 5. Umlieg die Waffe. Oh, sowas. Oh! Raketenwerfer! Wenn man schon jemanden ordentlich aufs Maul geben kann. Dann auch ordentlich, ja. Moment. Wenn man ordentlich dann auch... Ähm, ja. Zumindest noch mal 10 Schuss davon. Und am Map war er cool, irgendwie. Aber... Du hast eh nicht mit dem Map rechts oben. Nee, was? Shit. Wie geht's mit? How about no? So. How about no? Ja, allerdings. Jetzt ist meine Schicht im Schacht. Na doch, das tun. Auskloppen. Ausfahren. Drehen. Und zusammenstecken. Und rennen. Na, hey. Stellst du dich nicht so an? Da gibt's Enterhawk. Ihhh. Wo ist denn? So. Das ist so aner. Haha. So. Das war zu viel. Es war aber nachhaltig, ne? Mhm. Oh, jetzt haben wir als allerletzte die Nummer 1 aktiviert. Oder was soll's? Fuck. Fuck. So. Jetzt müssen wir all diese Punkte halten. Das ist schön. Das heißt, die Folge wird noch ein bisschen mehr. Also, ihr müsst Punkte dann sich bald von sich selbst entzünden. Miene. Ach, schon. Okay. Genau. Die müssen wir jetzt alle halten. Die Punkte. Damit nämlich die Bohrstäbe da außer Kontrolle geraten. Ja. Aber was man den Dschungelpiraten... Ist ja nicht so, dass ihr... Aber was man den Dschungelpiraten lassen muss, die schauen einfach cool aus. Alle denselben Haarsch. Einen guten Friseur haben sie. Ja. Ne, das sind die Helme. Mit den Ketten drüber. So. Du, ich glaub nicht, dass der einen Fakt gibt. Schau dir die Augen an. Ja, das ist das. Schau dir die Genial die Typen mal aus. Schau dir die Augen an. So. 90 Sekunden lang müssen wir sie halten. Und dann, glaube ich, haben wir es geschafft. Ja, nonstop stimmt eigentlich auch nicht. Also, das geht auch mit weniger. Okay, das Ding ist aktiviert. Nächsten. Ich hoffe, du bekommst ordentlich aus dem Haul. Das ist keine Frage des Hoffens. Das ist leider... Leider weniger gar keine Frage des Hoffens. Das ist einfach eine Darts-Adresse. Gehirn auf dem Haul. Und zwar ordentlich. Das ist aber nett. Dass die beiden gerade nebeneinander stehen. Schon, ja. Schnell auch. Ja, komm, mach weiter. Ja, war ja. So. Und? Es wird gebohrt. Wir sind die Bohr. Ah! God damn it! Program, what are you doing? Stop! Du wirst, dass das Programm aufhört. Mach! Himmel! What the fuck hast du? Das kann es echt nicht sein. Ganz ruhig, mein Bruder, da. Headshot aus zwei Meter entfernen. Ja, ist das auch. Selber drehen. Oh, schau. Sie haben es deaktiviert. Sie wollen wieder aktivieren werden. Und schnell. Rein mit dem Start. Ja, schau rein. Schnell. Zeit geht wieder. Aber ich finde die Animation eigentlich super. Ich finde diese Bohrstrungen. Diese Bohrgestänge. Rein. Achso, das ist ein Verbündeter. Holy moly! Du hast ein Raketenverzögerung. Ja, habe ich doch gerade verwendet, Mensch. Ich habe eine Zeitverzögerung. Noch 30 Sekunden. Es bleibt spannend. Nein, geht alles in die Luft, in die drinnen Seite. Ja. Nein. Nein. Ah, jetzt doch noch. Oh, toll. Nein, in der Mitte. Oh, jetzt sind wir alle jetzt deaktiviert worden. 21 Sekunden. Ja, ja. Das kriegen wir zusammen. Und einer mit dem Gerät. Komm, 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 komm. Jawoll. Und die Zeit läuft. Das stimmt immer dasselbe in deinem Team. Ja. Kriegt er voll Honk halt. Maria. Es ist so, dass ich mitspiele. Ja. Ma, was. Diese. Aha. Fenstermodus. Komm, 8 Sekunden noch. Geschafft. Das ist ein Wahlkampfaufgleich gewesen. Get the hell out of here. Okay. Cutscene. Was macht denn der genau mit dem Bruder? Keine Ahnung. Sag jetzt nicht einmal Energie an Pumpen. Das wäre nämlich das offensichtlichste. Ja doch. Press. Oh. Geschafft. Quicktime-Events, hm? So sind die drauf. Hat das eigentlich der Vorgänger auch schon gehabt? Nicht, oder? Huch. Na, was. Ah, aber wenigstens damit einen Aufzug hoch. Ja, das ist schön. Im Brandfall, im Explosionsfall bitte benutzen. Ja, genau. Sehr schön. Mission complete. Und damit entlassen wir euch für den Tag mit Lost Ballen 2, oder? Ja, also jetzt möchte ich noch sehen, was für eine Wertung du hast. Na, komm. Ja. Ah. Deprimierend. Hehehehe. Alles klar. Dann bis zum nächsten Teil, Leute. Servus. Ciao. Servus. Servus. Vielen Dank.